Hallo mein Lieben und herzlich willkommen. Es ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Hausflipper. Ja, wir sind ja noch in der Rümpelbude zu Gange, da müssen wir mal gucken. So, wir haben einen neuen Raum gefunden, wo es zu rümpeln ist hier. Rümpel und Gerümpel. Drücken zum Wegwerfen, das will ich schon niemals wegwerfen sollen. So, bei schwarzen Wänden sieht man jetzt bestimmt den Dreck. Oh, fantastisch. Oh Gott. Zum Aufheben? Ne, aufheben wollen wir das nicht. Aber wir können ja Licht anmachen. Warte mal, wir haben ja hier Licht. Geht das noch? Tatsache, die Google sieht das schon viel besser aus. Na, besser sieht es auch nicht aus, aber... So, wir brauchen mal das Möble, brauchen wir mal das Wischmöble. Das sind auch Verschmutzungen. So, Verschmutzungen gereinigt. So, Fenster wieder mal putzen. So, wir brauchen mal das Wischmöble. So, jetzt haben wir dann Montiere, was streiche den Farben Weiß. Ach, streichen müssen wir auch noch. Oh Gott. Jetzt müssen wir auch noch pinseln. Mensch, du... M, ja, weiß ich nicht, ob das reicht. Oder haben wir gleich L? Komm, wir haben gleich eine große Dose. Hier, aufheben. So. Hä, wo hab ich denn jetzt gestrichen? Ne, nicht so viele für immer hier. So. Ja, wir brauchen bestimmt. Weißt du, hätte doch eine M-Dose gereicht, ja? Ich glaube, das wiesste eben immer nie. Aufdruck beenden. Hm, nee, machen wir noch nie, weil... Warum? Wenn machen wir hier, verdienen wir Rischkohle. Mal sehen, wir haben das erste Haus hier in Verkäufen. Da hab ich auch noch keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich sag mal, probieren. Ich guck mal, wie man das auf der PS5... PS5, oder ist das qualitativ dann wirklich besser macht. Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, nochmal von vorne anfangen. Jetzt hab ich hier eigentlich doppelt. Beim Powerwash-Simulator, ja, kann man gerne. Das liebe ich dann. Den hab ich mir für den PS5 schon runtergeladen. Jetzt hab ich die Frage, ob wir jetzt Playdraus macht. Oder, ob man einfach mal wieder streamt, dann irgendwann... Keine Ahnung. Ich will ja eigentlich mehr streamen. Ich sollte den Farbroller öffnen. Mensch, immer im spannendsten Moment ist er alle. Die... Ja, doch. Lüpp. Gibt's eine Ehe mit unendlich Farbe, he? Ist ja, furchtbar ist das ja. Nee, dort sollst du doch nicht pinseln. Die Wand, erst einmal schön, der Reihe nach. Jetzt streicht er wieder dort. Sollst du wieder mal öffnen, oder was denn? Wieder die andere. Ich muss hier erst einmal... Die werde ich machen. Ach, die ist jetzt fertig. Ich weiß nicht, wo ist sie? Du fertig? So, Mensch, Meier hier. Einfach unglaublich, du. Ja, das ist klar. Für das eine bisschen müssen wir eben noch ein bisschen öffnen. Ach, so. Da müssen wir auch noch mal nachstreichen. Und so... Und so... Und so... Nimm mal gleich mal voll, sonst erzählt er uns wieder die Forbes, alle wieder im spannendsten Moment. Ach, ich will doch gar nicht alle gehen, wo bin ich denn hier, warum will ich denn jetzt nicht, jetzt, hä? Machen wir nicht so schön Faxen hier. So, gepinselt haben wir, also nicht so. So, jetzt müssen wir noch die Heizung, dann müssen wir wieder, so, bumm, bumm, und rum, bumm. So, haben wir geschafft, haben wir jetzt noch ein Zimmer, nein, ist noch nicht, wir sind, wo war denn das, wir hatten da noch eine Rümpelbude, wollen wir sagen, wo ist die denn? Ne? Da müssen wir jetzt mal in den anderen Flur. Da gerade hin ist auch noch eine Rümpelbude, ach hier, guck mal, hier sind noch Rümpelbude. Oh Gott, hier sieht sie auch lustig aus, du. Räume den Müll auf, machen wir erst mal Heizungfelder, wie immer, so. Müll haben wir aufgeräumt, reinigen die Verschmutzungen. Ich geht in so einem Bad, fuh Teufel, fuh Teufel, du. Das ist ja immer Opa eigentlich, oder? Oh, der Opa auch. So. Oh, die Fenster sind die gelb, hat da einer dagegen gepinkelt? Ai, 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 na, heutzutage ist man ja nie bei den Leuten hier, keine Ahnung, du. Ne, warte mal, hier hinterm Klausner, siehst du gerade. So, mit O. So, Verschmutzung haben wir. Waschmaschine, was soll man mit der Waschmaschine am Montieren gehen? Ach, eine Waschmaschine soll man auch holen. Aha, jetzt putzen wir erst mal Fenster. Oh, ii, der Zache, guck mal, hier ist gelb. So, erst mal Luft reinlassen. So, jetzt soll man hier, was, eine Waschmaschine montieren? Die soll bestimmt hier hin. So, Waschmaschine. Gucken, ne, öffnen wir, Mensch, war wieder nie. Wir nehmen erst mal die Waschmaschine. So, sollen wir die nehmen, oder die nehmen? Wir nehmen mal die günstige Einbauwaschmaschine. Kaufen, mal gucken, ob die hier hinpasst. So, kommt hier. Aha, Transportsicherung. Ah, ja. Ja. Denk ich mal. Sind das nicht die unteren Schamen, eigentlich? Aha. Mhm, 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 mhm. Jetzt müssen wir sie wieder drauf machen. Also, wenn man da denkt, machen wir das so. Ach, diesmal können wir den Hornig gleich aufdrehen. Juppupp, blupp und juppupp, blupp, blupp. Oder so. Hey, die rutscht es von alleine ran, Leute. Das ist so eine Waschmaschine, lobe ich mir. Ach, okay, schweres Gebuckel. Die rückt dann von alleine ran. So, jetzt machen wir wieder mal eine Heizung. Machen wir wieder nochmal. Bumm. Bumm. Zack, und zack, und zack, und zack, zack, geht das hier. Alles zack beim Heinz. Zack, zack. Das ist ein schöner Titel, he? Alles zack, zack. Schreiben wir gleich mal auf, sonst vergesse ich den dann wieder, die... Mh, alles. Zack. Zack, so. Euer Heinz ist, der kann ich dir auch nicht mehr merken. In meinem Alter ist das dann so. So, so, jetzt haben wir hier noch ein Rümpelzimmer. Oh, je, 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 je. Guck mal, ja, ja. Ah, wieder Flaschen, du. Ich liebe Flaschen. Ja, meine Güte. Die Flasche räumt jetzt die Flaschen öfter. Könnte man öbös-artig sagen. So, einige die Verschmutzungen. Oh, das flimmert da, du. Da war ein Bug, wurde ein Bug. Die haben wir erst öbgeteilt, gab's da erst gerade der Herbst. Bevor dir das Spiel gestartet, wurde ein neues Updaten geladen, du. Hier ist auch so ein gelbes Fenster. Was haben die hier gemacht, du? Ich will's gar nicht wissen. Eigentlich will man's nicht wissen. Ah, eigentlich. So. Reinige die Verschmutzung, 89%. Da, oh, da oben, da oben, oh. Und da noch? Dann in irgendeiner Ecke. Guck mal da hin. Jetzt kannst du immer auf die Möbel hüpfen, hier kannst du das nie. Jetzt müssen wir doch nicht das Ding wegnehmen. Oh, ja, holen wir mal. Ja, stellen wir den Weilen mal. So. So. Ich hab' einen falschen Troller, der geht immer irgendwie. Bumm. Der hat irgendwie eine Macke. See, wir sind mal ordentlich. Haben wir zwar in die anderen Zimmer auch nie gemacht, aber. Nu, küm, dö, bumm. Haben wir zwar auch nie gemacht, aber. Das hätten wir uns lassen, merke ich gerade. So, wir hören uns jetzt schon. So. Zack. Hipsch. Reinige die Fenster. Montiere Geräte. Fenster putzen. Los geht's. Zack und zack. Zack, 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 zack. Mach mal hier. Zack, zack. Geht doch hin. Oh, zack und zack. So Also jetzt brauchen wir hier noch eine Heizung wieder mal Oder dass sie immer die Heizung mitgenommen haben Warum haben die die Heizung mitgenommen? Mensch, so viel gibt es ja gar nicht für den Schrott Vor allem das Wasser Müsste ja die ganze Bude unter Wasser stehen So, Leute Was für eine Zeitleber Aber näher gibt mir eh einen Raum Haben wir dort glaube ich jetzt noch eh Raum War noch schmutzig War das hier vorne Hier und dann hier Nein Oh Gott, oh Gott Achso, ist der Hedgelei Müll hinterm Bett Müll, alles Müll So Na oben gucken Fenster rein, machen wir gleich Jetzt machen wir erst mal das hier Das gesiffte hier Das versiffte alles weg hier Verschmutzungen gereinigt Fenster reinigen Hier kann man das Fenster gar nicht öffnen Wenn wir das dann öffnen können Wenigstens sind wir immer in dieser Zack, zack machen wir das hier Oh, hier können wir mal öffnen So, frische Luft So, die Heizung fehlt hier Natürlich fehlt die Heizung Ah ne, hier Bim Bim Bim, bim Gut, dass wir das gleich alles so über Sofa machen können Oder Bett Oder was da stand Das geht eben Eben alles zack, zack hier Zack, zack Oh, alle Aufgaben erfüllt Denn da können wir doch ins Büro Alles haben wir geschafft Mal sehen, was wir verdient haben Kontostand Einkommen 4200 Na, wenn das nix ist So Ja Möchten wir beenden Möchten wir beenden Möchten wir beenden Nun, jetzt dauert es wieder so lange zum Laden Ich wollte mal gucken, dass wir vielleicht das nächste Mal so einen Hüfträgen noch machen können Mal gucken Wenn es mal wieder länger dauert Kann ich auch nicht dafür So Da sind wir wieder Benutzen So, was haben wir denn? Mein Retter, mein Verteidiger, meine Rettung Oh Gott Zweites Bad nötig Badezimmerwerkstatt Bitte räumen Sie das Haus auf Kitschhaus Also Freundling Gut, hallo Vor ein paar Tagen Habe ich Was ein Haus Zu einem Schnäppchenpreis gekauft Dieser Preis wurde von zwei Faktoren beeinflusst Viele Monate lang Wollte niemand das Haus kaufen Und Was ein unerwünschter Gast Lebte dort Wir sprechen von einem Herrn Mit einem eigenen Rollstuhl Der unbemerkt eingezogen ist Und dort mehrere Tage gelebt hat Bis er von der Polizei Müllkistenzeitungen liegen überall herum Und Flüssigkeit Ne, dann machen wir das nächste Mal nochmal aufräumen Das machen wir dann das nächste Mal Das können wir ja hier jetzt gleich lassen Also, dann muss ich jetzt zurück Wie komm ich jetzt zurück? So Und so Jetzt kann ich hier das machen Spiel fortsetzen Ja, meine Lieben Das ist ein bisschen kürzer heute mal wieder Aber, naja, das geht ja Weil jetzt was Neues anfängt Das Lohnstand, glaube ich Na, meine Lieben Haben wir heute zack, zack Mal die Rümpelbude fertig gemacht Und los geht's Und dann gucken wir Was wir das nächste Mal entrümpeln können Ja, ich hoffe Es hat euch wieder ein bisschen gefallen Freue mich wie immer Nette Konstruktive kommen Die Däumchen da oben Nicht den einen oder anderen abonnieren Und wenn ihr nicht verpassen wollt Wie es weitergeht Dann macht die Glocke an Dann danke ich euch wieder für's Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Heinz